öffnen Kisten vielleicht gibt es hier doch keine Gegner na gut Heilkit GruppenHP ja wobei wir da gerade bei sind wie viele habe ich dann guck mal einer an ich habe sogar genug um Missy wieder zu leveln und du kriegst auch noch ein bisschen was Heilkit ich möchte mal mit Kinschniffern genau ach Hilfe Mistviecher so was mache ich mit dir zack Schädelspalter Todesbote das ist wieder so ein ganz großer so ein ganz starker so ein ganz nerviger ich hätte keine Zeit Pause zu drücken um was anderes reinzulegen warte sind wir in der Rüstung nochmal fehl war so klar ok Nina beide ok 1 2 werde ich auch so schaffen gleiches Rio nochmal dran und Lin nochmal dran das Vieh wird nicht überleben ok heute gibt es gebratene Kükenenten ich meine Viecher sind ja zum Fressen gemacht worden haben die vorher erzählt irgendwann mal äh blablabla kastriertes Hühnchen was das Vieh ist von mir dran nicht gut weilhalla es hat jetzt aber nicht so viel geheilt wie ich gefürchtet hatte entrüsten nach mal entrüsten soll ich das Haus versehen nochmal benutzen egal Schädelspalter Todesboote boom jetzt hätte ich ja noch einen Schädelspalter machen sollen egal weil Lin gleich ist werde ich das mal einfach deine Rüstung senken boom noch mehr gesenkt so da das erledigt ist ist jetzt Lin dran ok he he hier bleib hier ach hier ist schon gut wunderbar 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 so da sind ganz viele kleine Viecher und boom 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 Entenjagd ja triffst du mal danke wechseln 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 ja Frischfleisch Frischfleisch brauche ich nicht hier war auch schon der aufzubrennen nee warte da war der Gefahrenraum drin oder nee der ist der aufzubrennen dann gehen wir zurück und gehen den oberen Weg wir können jede XP gebrauchen naja ok nicht unbedingt aber besser mehr wie zu wenig ne und wenn ich schon mit russischen Vorurteilen um mich schmeiße wie der große Lenin hat gesagt Vertrauen ist gut Kontrolle ist besser und kontrolliertes hohes Level ist besser wie Vertrauen auf mein jetziges Level Zombies ich hasse Zombies ja ich muss den Kleinen erwischen ich muss den Kleinen erwischen ich muss den Kleinen erwischen genau den alle anderen sind nur billige Imitationen so du wirst den da hinten töten bitte ähm Entrüstung Schädelspalter Todesboote und Säbel krass ok das fiel schon mal tot ähm naja ich hab noch 30 ach komm es wird's los jetzt ist sowieso Nina dran und ähm Ausrüstung heiliges Herz wir laufen einfach mal darüber und machen Killer und es erledigt ja boom tot keine weiteren Fragen weh ja bbbbbbbb so was haben sie getroppt Multimedizin brauche ich nicht zweimal Multimedizin ok mhm da bin ich hergekommen da lang da lang da lang Öffnen, äh, aufwärts. Die Seite wechseln hier. Ähm, wo kann ich denn hier alles hin? Es gibt einen Mittelraum, der ist aber nur... Ne, warte. Jetzt bin ich gerade ein bisschen... ...confused. Ja, da bin ich rausgekommen. Aber es gibt nur... ...in einem Weg. Das finde ich jetzt komisch. Äh, Multimedizin. Nein, nein. Weil nein. What the heck bist du? Und da sind zwei Viecher? Ja. Das sind zwei Viecher. Okay, dann machen wir mal den hier. Seid nie. Klerikali. Okay, das eine ist etwas schwächer, das andere hält ziemlich viel aus. Ähm, Seitenhieb. Vertikalhieb. Und das Ganze nochmal. Oh. So, den hätten wir getötet. Was machen wir jetzt noch? Wir machen noch einen Schädelspalter. Ich weiß, der Roboter hat nicht unbedingt einen Schädel, aber... ...funktioniert trotzdem gut. Ähm, zu bänden. Ja, ich muss mir wohl doch Lodern hier reinlegen, wahrscheinlich. Ich treffe ihn von hier aus. Ach, die Waffe hat eine größere Reichweite. Wie der Magierstab. Ja. Ähm, mhm, weiter vorn, weiter, ja. Okay, äh, Lodern. Ich denke, Frost macht ihm auch Schaden. Mal gucken, ob es genauso viel Schaden macht. Üh, das hat sogar mehr Schaden gemacht. Okay, die sind empfindlich gegen Eis. Dann brauche ich keinen Feuerschoß reinlegen. Bla, 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 bla. So, aber die Karte ist jetzt doch ein bisschen komisch, finde ich gerade. Wo geht's denn? Hm. Momentchen mal. Es ist 85... 85... 85... Aber 86 ist... 86 ist woanders. 86 ist woanders. Und es geht weiter und dann komme ich wieder woanders. Oder? 89. Von 89 komme ich dahin. Wo ist 89? 88, 86. Wo ist 89, bitte? Ähm, hm, 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 hm. 88, ja, ja, ah, ja, okay. Okay, okay, jetzt kann ich mir vorstellen, wie das aufgebaut ist. Schon wieder so ein scheiß Labirante. Warte, ich glaube, ich glaube, es hackt. Okay, machen wir erst mal dieses hier. Falsche Seite. Was habe ich hier? Ich kann hier... Ähm, rein. Ja, ähm, rein. Waaah. Boah. Du ziehst dein Schwert so langsam. Du musst an deiner Ziehtechnik arbeiten. Junge. Schlag. Batterie-Bug aufgelesen. Tja, das kommt davon. Ähm, was ist das? Ja. Wer ist dran? Du bist dran. Du machen Frost. Na. Mal gucken, ich muss die irgendwie beide einen Eisstrahl kriegen. Möglichst beide. Gehen wir mal ein bisschen nach da. So. Ähm, gucken wir nochmal. Einmal Eisstrahl. So kriege ich beide. Also mach ich Eisstrahl. 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 Und wer hätte es gedacht? Wir machen noch einen Eisstrahl. Und weil es so schön war, direkt noch einen, bitte. Boom. Und die ersten zwei sind tot. So. Eisbanken. Wir machen den Weg frei und so. Ähm. Jetzt muss ich voll AP verschwenden, um da hinzukommen. Ja, okay. Seitenhieb. Vertikalhieb. Boom. Okay. Und das Ganze nochmal. Seitenhieb. Vertikalhieb. Okay. Okay, und damit habe ich keine AP. Und jetzt ist Lin dran. Ähm. Zu beenden. Und jetzt können wir das Tanzen machen. Genau. Und ich hoffe, das reicht, um sie zu töten. Boom, 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 boom. Sieht nicht so aus. Sieht absolut nicht aus. Ne, wird nicht reichen. Auch noch fehl, wollt ihr mich verarschen. Hat auch den einen Hatz erwischt. Oder? Nein, schade. Knappe Sache. Egal, hätte hier funktionieren können. War keine schlechte Idee. Boom, Batteriebacke klaut. Hat keine Energie mehr. Tja, Pech gehabt. Also hier stehen wirklich praktisch.